Ich bin halt Pornofilmer abhängig und ja, eben gerade hab ich noch ein Porno geguckt und ja. Alter, ich bin glaube... ey ey nee, ey nee, ey nee, ey nee. Ey nee, ich bin doch hier bei Rocket League. Hallo und hachte willkommen zum Rocket League Shop Video. Alter Leute, ich hab gar nicht vergessen, ich bin jetzt gerade beim Rocket League Shop Video aufnehmen und nicht bei irgendeinem anderen Video aufnehmen. Ach man, eh man, egal. Wir gucken jetzt den Rocket League Shop los geht, also ja, wirklich. Doch, okay. So, was haben wir hier in Rocket League? Vergesst nicht einfach, was ich eben besagt habe. Dann haben wir hier vor 800 Rocket League Coins. Die Lackierung. Bei 2K im Shop. Dann haben wir die Lackierung. Die animiert ist vor gar 100 Rocket League Coins. Dann haben wir die Lackierung. Dann haben wir die Alkoreifen. Nicht die Alkoreifen, sondern die Lackierung meine ich. Vor 500 Rocket League Coins. Na ja, ist okay. Dann haben wir hier vor 100 Rocket League Coins. Dann haben wir die Lackierung. Vor 150 Rocket League Coins. Dann haben wir die Lackierung vor 100 Rocket League Coins. Und dann haben wir die Alkoreifen vor 700 Rocket League Coins. Dann haben wir die Lackierung vor 200 Rocket League Coins. Und bei den Eventgarten haben wir immer noch this hier, Güss. Ja, das haben wir Günger, ja Dann haben wir hier noch Güssgünger Ja, das sind doch keine Sieblich-Buschen-Gabarmel Das wollen die mich verhassen, aber So, das haben wir hier noch Ein paar Events lassen, okay, das ist immer noch Da Und ja, das war alles, das waren wir Gegen Rocket League, Top-Video Und wie gesagt, vergesst es, weil ich Anfangs gesagt habe, danke Und lachen ab oder?